Hallo, ich bin der Erdan, ich komme aus Frankfurt und bin heute zu Gast bei Issa Dental. Ich bin Altenpfleger vom Beruf, selbstständig und in meinem Beruf ist es wichtig, ein gepflegtes Äußeres zu haben. Was ich euch dazu sagen kann, ist, ich wurde hier herzlich willkommen und wurde sofort vom Flughafen aus in ein Hotel gebracht und von dort aus alles weitere wurde dann beim Arzt besprochen. Du hast vier Tage quasi Zeit, hier dich auszutoben in Istanbul, ein paar Sachen zu erkunden und danach alles weitere. Ich kann euch empfehlen, kommt zu Issa Dental. Hier habt ihr echt ein super Arbeitsklima, sehr top Ärzte und sehr nette Mitarbeiter.